Hallo meine Freunde, willkommen bei den Yashi News. Am 4.8.2015. Okay, im Hintergrund läuft ein Let's Play, äh, ein Gameplay von mir. Und, ja, es gibt ein paar Themen. Also, fangen wir an. Oh, shit, tschuldigung. Äh, fangen wir an. S4 ist im Moment down. Ich wollte gerade ein Let's Play machen. Ähm, ich habe diese Woche Urlaub, also ich mache mehr Videos, wie meine Tutorial-Videos habe ich gerade fertiggebracht. Und jetzt fange ich an mit meinen Let's Plays. Wieder. Also heute sollte eins kommen, aber ich kann ja jetzt keines drehen. Ist seit, ähm, 10 oder 11 Uhr down. Wartungsarbeiten und so. Jo. Und aktuell suche ich immer noch Clan-Mitglieder für meinen Clan. Also wer PS-Buds spielt, kann sich melden. Und, ähm, jo. Wie gesagt, es kommen noch Let's Plays diese Woche. Zwei Stück. Und, jo. Wer sich, äh, ich brauche noch Hilfe bei meinen Tutorial-Videos. Da gibt's, ähm, eine. Hat mir schon geholfen dabei. Mit der Stimme, wie man beim ersten Tutorial, äh, wie man beim zweiten Tutorial sieht. Und, äh, ich brauche noch Leute zum Filmen. Also, so, die mir beim Tutorial helfen. Wer will, kann sich melden bei mir in Skype oder schreibt einen Kommentar mit dem Ingennamen. Am besten in Skype. Da kann ich ja reden und, ihr wisst schon. Ja. Und, ja. Ich hab ein neues Mikrofon und, das ist so geil, find ich. Endlich mal ein neues Mikrofon. Ich hab mich tausendmal besser. Ich find, das ist gut für Let's Plays und allem. Und, ja. Das war ein kurzes Video. Also, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht, das weiß ich. Also, haut rein, Leute. Ja. 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 Ja.